auf den Tagesordnungspunkt 14, die Beratung des Antrags der Unionsfraktionen mit dem Titel Potenziale der Geothermie nutzen, Hürden abbauen, Risiken minimieren und den Stromsektor entlasten. Für die Aussprache ist hier eine Dauer von 39 Minuten vorgesehen. Ich bitte Sie, entsprechend die Plätze einzunehmen, sodass wir auch dem ersten Redner unser Gehör geben können. Kleinen Moment, lieber Thomas Gebhardt, ich warte noch kurz, bis Ruhe eingekehrt ist. Ich eröffne die Aussprache, und ich erteile das Wort für die Unionsfraktion dem Kollegen Dr. Thomas Gebhardt. Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist klar, wir brauchen alle verfügbaren erneuerbaren Energien, um voranzukommen, Sonne, Wind, Wasserkraft, Bioenergie und selbstverständlich auch die Geothermie dort, wo sie sinnvoll genutzt werden kann, und zwar vor allem für die Versorgung mit Wärme. Mit der Nutzung der oberflächennahen Geothermie durch Wärmepumpen gibt es auch bereits zigtausendfach erprobtes Beispiel, wie Wärme aus dem Erdreich sinnvoll genutzt wird, um Häuser zu beheizen. Wir machen heute mit unserem Antrag ganz konkrete Vorschläge, wie wir hier für die Zukunft weiter vorankommen können. Bei der Tiefengeothermie, also Bohrungen zwischen 400 und 5000 Metern Tiefe, haben wir in Deutschland durchaus unterschiedliche Erfahrungen bisher gemacht. In einigen Regionen sehr gute Erfahrungen, in anderen Regionen eher schlechte Erfahrungen. Bei mir in meiner Heimat im Oberrheingraben haben wir vor einigen Jahren miterlebt, wie Erdbeben ausgelöst wurden. Das zu thematisieren gehört eben auch zu einer ehrlichen Debatte dazu. Inzwischen hat sich viel weiterentwickelt in der Forschung, in der Praxis. Es gibt neue Erkenntnisse. Es kann daher nicht richtig sein, dass wir einfach stehen bleiben. Die Alternative, Tiefengeothermie nicht weiter zu nutzen oder nicht auszubauen, wäre falsch. Aber die Alternative, Tiefengeothermie um jeden Preis zu nutzen, wäre vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen genauso falsch. Deswegen geht es jetzt darum, die Tiefengeothermie sinnvoll voranzutreiben, einerseits die Potenziale klug nutzen und andererseits sensibel mit den Risiken umzugehen. Wir müssen lernen aus den Erfahrungen. Es wäre doch falsch, dieselben Fehler zweimal zu machen. Es kommt jetzt darauf an, wie man es macht. Hierzu haben wir in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit Fachleuten geführt. Auf der Grundlage dieser Gespräche haben wir heute hier im Deutschen Bundestag diesen Antrag vorgelegt und machen Vorschläge, wie wir die Geothermie sinnvoll und verantwortungsvoll voranbringen können. Wir müssen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen. Es gibt bereits beispielsweise erprobte Konzepte, wie das Ampelsystem, das Bohrungen rechtzeitig abbricht, wenn es erste Anzeichen einer merkbaren Seismizität gibt. Das muss der Standard sein. Für den Fall, dass ein Schaden dennoch auftreten sollte, muss im Vorhinein, und zwar im Vorhinein, klipp und klar geregelt sein, dass es eine unverzügliche, unbürokratische Entschädigung gibt, ohne Wenn und Aber. Meine Damen und Herren, es sind aktuell bereits etliche weitere Tiefengeothermieprojekte in Deutschland in Planung. Daher ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, es vernünftig anzugehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, zu gestalten. Ich will, dass die Tiefengeothermie so genutzt wird, dass die Bürgerinnen und Bürger davon profitieren. Wir müssen es mit den Menschen machen, Hand in Hand und mit den Kommunen und nicht gegen die Kommunen. Die Kommunen sollen davon profitieren. Auch hierzu machen wir in unserem Antrag ganz konkrete Vorschläge. Sie sehen, wir denken beides zusammen. Wir denken beides zusammen. Wir wollen und wir müssen alle erneuerbaren Energien nutzen, und wir müssen es richtig machen. Deswegen mein Appell auch an die Regierungsfraktionen, lehnen Sie unsere Vorschläge nicht einfach ab, nur weil sie von der Opposition kommen, sondern lassen Sie uns in der Sache und der Sache wegen ehrlich und offen im parlamentarischen Verfahren debattieren, sodass wir insgesamt für unser Land und für die Zukunft in diesem Land sinnvoll vorankommen. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Andreas Mehl-Tretter. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Energie, die jederzeit verfügbar ist, ohne stinkende Abgase, quasi unbegrenzt, so wollen Sie von der Union uns ja meistens die Atomenergie verkaufen und vergessen dabei den Atommüll, der uns noch viele Jahrzehnte teure Sorgen bereiten wird. Aber ich war sehr froh zu sehen, dass Sie heute gar nicht an Atom denken, sondern an Geothermie. Die kann das nämlich auch alles, also Energie jederzeit und klimafreundlich, aber eben ohne potenzielle Explosion und Verstrahlung. Und weil die Geothermie so toll ist, wollen wir bei der mitteltiefen und tiefen Erdwärme in dem nächsten Jahr eben ein Potenzial von 10 Terawattstunden erschließen und so die Einspeisung in die Wärmenetze verzehnfachen. Damit wir das hinbekommen, hat das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium auch dankenswerterweise bereits Eckpunkte für eine Erdwärmekampagne vorgelegt. Ich freue mich, dass Sie, Herr Gebhardt, uns heute als Union mit diesem Antrag, für den Sie diese Eckpunkte noch mal schön zusammengefasst haben, die Möglichkeit geben, hier im Plenum darüber zu sprechen. Es gibt uns die Möglichkeit, darüber zu sprechen, über Projekte, wie Sie die Stadtwerke München bereits in Betrieb haben. Im Süden Münchens steht die derzeit größte Geothermieanlage Deutschlands. 80 000 Menschen können mit der Wärme diese Anlage heizen. 100 Grad heißes Wasser wird in tiefsten Tiefen aus rund 3 000 Metern an die Erdoberfläche gefördert, wo Wärmetauscher dem Wasser dann die Wärme entziehen. Wir können auch über Projekte sprechen wie das Everloop-Geothermie-Projekt in Geretsried, das Olaf Scholz diesen Sommer besucht hat. Hier wird eine Technik eingesetzt, bei der es gar kein Thermalwasser am jeweiligen Standort braucht. Geothermie würde damit standortunabhängiger ihr Potenzial noch größer. Es ist ja auch nicht so, als ob hier bei diesen Themen noch nichts passiert wäre. Wir haben seit letztem Jahr die Bundesförderung effiziente Wärmenetze, mit der gerade auch Geothermie-Projekte finanziell gut gefördert werden. Wir weisen Wärmenetzen in der kommunalen Wärmeplanung eine große Bedeutung zu. Davon wird die Geothermie stark profitieren. Und wir haben gesetzlich festgelegt, dass die Geothermie im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Trotzdem gibt es natürlich Baustellen, die Sie in Ihrem Antrag auch richtig benannt haben. Die sehen wir genauso. Es geht darum, genauer zu wissen, wo sich das Bohren lohnt und wo Risiken eben ausgeschlossen werden können. Es geht darum, wie wir das Fündigkeitsrisiko minimieren können. Und es geht um die Frage, wie die Planung beschleunigt werden kann. Auch bei der Geothermie dauern die Genehmigungsverfahren zu lange. All das steht auch in den Eckpunkten der Bundesregierung. Dort stehen auch konkrete Maßnahmen, mit denen wir diese Baustellen eben angehen können. Wir müssen die geologischen Daten zusammenführen und besser nutzbar machen. Außerdem sollte der Zugriff auf Grundstücke im öffentlichen Besitz erleichtert werden, und wir brauchen eine Privilegierung im Außenbereich. Wir wollen das Risiko, dass eine Bohrung mal erfolglos bleibt, handhabbar machen. Dazu gehört, dass wir mindestens 100 Explorationsbohrungen durchführen, um gute Standorte zu finden. Wir als SPD wollen außerdem auch ein allgemeines Instrument zur Risikoabsicherung schaffen. Und wir wollen die Verfahren beschleunigen. Aber dafür brauchen wir mal wieder die Länder, die eben für viele Bereiche der Genehmigungsverfahren eigentlich zuständig sind. Da freue ich mich natürlich schon auf Ihre konstruktive Mitarbeit, liebe Unionskolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, Geothermie ist erneuerbar. Sie ist jederzeit zuverlässig verfügbar. Deshalb wird sie ein wichtiger Baustein für die Wärmewende sein. Dieses Potenzial wollen wir nutzen, wie das habe ich gerade dargestellt. Lassen Sie uns darüber im Ausschuss diskutieren, Herr Gebhardt. Ich freue mich auf die Beratungen, damit wir die Geothermie gemeinsam voranbringen. Für die AfD-Fraktion hat das Wort Marc Bernhardt. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 2019 musste ein Geothermie-Projekt gestoppt werden, weil es in Baden-Württemberg ein Erdbeben der Stärke 3,6 ausgelöst hat. Die Stadt Landau musste ein Geothermie-Projekt in ihrem Wahlkreis, Herr Dr. Gebhardt, stoppen, weil dabei Schwermetalle und sogar Arsen in das Grundwasser gelangt sind. Bereits 2007 sollte im badischen Staufen Geothermie zum Einsatz kommen. Nach den Bohrungen hatten die Häuser der Altstadt plötzlich Risse. Die Erde hat sich gehoben, und seitdem quillt Staufen auf wie ein Hefeteig. Teilweise um mehr als 45 Zentimeter. Bis heute sind mindestens 50 Millionen Euro an Schäden entstanden. Die Schadenssumme steigt jeden Tag weiter, ohne dass irgendein Ende in Sicht ist. Bis heute sind immer noch nicht alle Betroffenen entschädigt. Heute, 16 Jahre später. Zur gleichen Zeit sind in Böblingen durch Geothermie über 200 Häuser beschädigt worden. Die Bohrfirma ist zwischenzeitlich pleite. Die Versicherungssumme beträgt lächerliche 5 Millionen Euro. Und nach über zehn Jahren hatten die Geschädigten immer noch keinen einzigen Cent gesehen, sondern mussten sogar die Versicherung verklagen. Stellen Sie sich vor, Sie waren zum Zeitpunkt des Schadens an Ihrem Haus 65 Jahre alt. Inzwischen sind Sie fast 80. Sie haben bisher keinerlei Entschädigung bekommen und müssen dann den Versicherungskonzern verklagen und mit Reparaturkosten, Gerichtskosten, Anwaltskosten, Gutachterkosten in Höhe von vielen 10 000 Euro in Vorleistung gehen. Wohl wissend, dass Sie bei dieser lächerlich geringen Versicherungssumme höchstens einen Bruchteil Ihres Schadens ersetzt bekommen. Das sind nur drei Beispiele von vielen aus Baden-Württemberg, wo Sie von der CDU fast ununterbrochen seit über 60 Jahren regieren. Und jetzt beantragen Sie hier, diesen Wahnsinn auch noch auszuweiten und damit noch mehr Schäden für die Bürger anzurichten. Ich würde mal sagen, machen Sie doch erst mal Ihre Hausaufgaben und sorgen Sie dafür, dass solche Projekte mit einer vernünftigen Haftungssumme von mindestens 100 Millionen Euro versichert werden müssen. Und vor allem sorgen Sie dafür, dass die Bürger, egal welche Fehler durch ihre politischen Entscheidungen entstehen, auch schadlos gehalten werden und nicht die Bürger das ausbaden müssen. Das Allerschlimmste dabei ist, dass viele Bürger massiv geschädigt werden, obwohl Geothermie nachweislich unwirtschaftlich, unnötig und umweltgefährdend ist. Das neue Geothermie-Kraftwerk, Herr Meldreder, das Sie gerade bei München, das Sie erwähnt haben, soll gerade mal 8 Megawatt Strom erzeugen, obwohl es bereits zu den größten Anlagen in Deutschland gehört. Um ein einziges Kernkraftwerk zu ersetzen, müssten 150 solcher Anlagen gebaut werden. Hätten Sie also die drei Kernkraftwerke im April einfach weiterlaufen lassen, könnten wir uns 450 dieser Anlagen sparen. Abgesehen davon, dass kein Mensch weiß, wo diese 450 Anlagen überhaupt errichtet werden sollten, wird das für die Menschen in unserem Land zu Erdbebenrisiken, Gebäudeschäden und massiver Grundwassergefährdung führen. Und das alles nur wegen Ihrer völlig vermurksten Energiewende und der völlig kopflosen Abschaltung der Kernkraftwerke. Für die AfD steht der Schutz der Menschen und der Umwelt im Zentrum und nicht, wie bei Ihnen, Ihre Klimahysterie. Ich wünsche einen guten Abend. Das Wort hat Bernhard Herrmann für die Fraktion Bündnis 90 Diebben. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Zurück zur ruhigen Debatte, die bisher sehr sachlich war. In meiner Region schätzen die Menschen sehr wohl die Schätze, die im Erdinnern da sind, im Erzgebirgsbereich. Wissen Sie aber, was die Folgen der Atomenergie der Wismut über Jahrhunderte, Jahrtausende wahrscheinlich hinterlassen haben und wie viele Menschen dort massivste Gesundheitsschäden bis hin zu Tod erlitten haben. Mehr will ich dazu nicht sagen. Herzlichen Glückwunsch, Kolleginnen und Kollegen von der Union! Ich rede jetzt mit der Union. Mit dem vorliegenden Antrag sehe ich im Jahr drei dieser Legislaturperiode zum ersten Mal wirklich so etwas wie konstruktive Oppositionsarbeit. Die Bemerkung sei aber gestattet. Ich lese ja nicht ganz alle, aber doch die meisten Ihrer Anträge. Schön, dass Sie sich einem so wichtigen Thema widmen. Und ich hoffe, so etwas kommt nicht nur in Wahlkampfzeiten. Inhaltlich nah beieinander lassen Sie uns doch gleich zu den Inhalten kommen. In der Analyse sind wir uns weitgehend einig. Erstens. Die Wärmewende muss kommen. Zweitens. Die Geothermie. Als eine der konstant verfügbaren, effizient hebbaren Potenziale der Umweltwärme kann und wird einen sehr relevanten Beitrag leisten. Und drittens. Insbesondere die tiefe Geothermie hat noch nicht die idealen Rahmenbedingungen in Deutschland. Kollege Herrmann, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Bernhard? Nein. Was also ist zu tun? Die Bundesregierung und dort das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz haben im letzten Jahr ein Eckpunktepapier vorgelegt, das wesentliche Schritte skizziert. Das Ziel, 10 Terawattstunden Wärme aus der mitteltiefen und tiefen Geothermie zu erschließen, 100 neue Anlagen bis zum Jahr 2030. Zum Vergleich, derzeit sind 42 derartige Anlagen in Betrieb. Auch hier bei den Erneuerbaren eine deutliche Beschleunigung. Auch hier ambitioniert das Vorgehen beim Klimaschutz. Dazu gibt es nicht nur einen Dialogprozess, der eben mit den Betroffenen vor Ort im Dialogprozess die Dinge anspricht, die wichtig sind, um mit Bedacht diese Projekte vorzubereiten. Der findet statt und findet weiter statt. Daten- und Explorationskampagnen, deren Ergebnisse auf Bundesebene schon veröffentlicht werden, soweit ist das BmbK bereits jetzt. Länderspezifische Daten folgen in den kommenden Wochen bereits jetzt. Die detaillierte Landesaufnahme ist bereits erwähnt worden, obliegt allerdings natürlich den Bundesländern. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Union, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Auch die meisten anderen Forderungen aus Ihrem Antrag sind bereits umgesetzt oder auf bestem Weg. Förderung Grundwasser- und Wärmepumpen gibt es bereits, nennt sich Effizienzbonus. Prüfung vereinfachter Genehmigungsverfahren, auch diese läuft. Unter anderem im nächsten Bürokratieabbaupaket sind Klarstellungen für die Geothermie geplant, um Planung und Genehmigungen zu beschleunigen. Aber auch zu den schwierigeren Fragen, was das Fündigkeitsrisiko betrifft, befindet sich das BmbK seit geraumer Zeit in engen Austausch mit Forschung und Versicherungsbranche über die bestmögliche Ausgestaltung dieser Absicherung. Weil es uns wichtig ist, dass gerade Kommunen kleine Stadtwerke, und dazu bringen wir jetzt auch die kommunale Wärmeplanung voran, das Potenzial der Geothermie in ihren Wärmenetzen heben können. Umweltschutz und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sind uns selbstverständlich. Ich freue mich auch über Ihre hochwertigen Änderungsanträge, wenn die Bundesregierung demnächst Gesetzesinswürfe zur Geothermie vorlegen wird. Vielen Dank. Das Wort hat Klaus Ernst für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kann es mir nicht verkneifen, ein paar Bemerkungen zu den Grünen und auch zur SPD zu sagen. Wissen Sie, wir kommen Ihre Diskussionsbeiträge inzwischen so selbstgerecht vor. Nach dem Motto, wir sind klug und weise, das haben wir selbst entdeckt. Ja, das könnt ihr euch mal hinter die Ohren schreiben. Wissen Sie, was da fehlt? Wir haben hier einen Kollegen gehabt, der ist leider vor kurzem verstorben. Der hat Folgendes gesagt. Es schwirzt den frömmsten Heiligen, wenn zu viel Weihrauch aufsteigt. Und bei euch steigt zu viel Weihrauch auf. Jetzt macht die CDU einen Vorschlag, den Sie eigentlich inhaltlich unterstützen, statt dass Sie sagen, ja, das ist eine gute Idee, machen wir, oder da sind wir schon auf anderem Weg, das machen wir nicht. Nein, sagt er, endlich seid ihr auch soweit, ja, haben wir lange gedauert. Was soll denn dieser Mist? Warum könnt ihr nicht einfach mal sagen, ja, diesen Vorschlag der Opposition, der ist in Ordnung. Warum schafft ihr das nicht? Warum kriegt ihr das nicht hin? Weil ihr so dasteht, dem Unterbewusstsein ist egal, wer auf die Schulter klopft. Das ist eure Politik. Nein, ich sage euch mal, das ärgere mich. So, und jetzt zum Inhalt. Ja, ich finde es richtig, dass wir diese Geothermie, ja, später können Sie zu Wort melden, ich finde es richtig, dass wir die Geothermie auf die Tagesordnung setzen. Und es ist richtig, dass das ein Punkt ist, den wir noch bei Weitem mehr nützen müssen, als wir das bisher tun. Auch wenn Sie das ein oder andere vielleicht in der Pipeline haben, der Antrag ist doch sehr konkret, der da gestellt wurde. Und ich weiß nicht, warum wir da so sich drum herummogeln. Jetzt hat selbst der Gebhardt ja selbst darauf hingewiesen, dass es da auch noch das ein oder andere Problem gibt mit seinem Reingraben mit dem Erdbeben. Wir haben auch in Poing bei München so kleine Erdbeben gehabt. Übrigens nicht, weil der Ministerpräsident mit dem Aiwanger spazieren gegangen ist und dass sich alle Leute aufgeregt hätten. Und deswegen ein Erdbuben entstanden wäre. Nein, sondern da ist tatsächlich eine Bohrung gewesen. Und diese Bohrung hat dazu geführt, wie man weiß, dass seismografische Änderungen stattgefunden haben. Es ist doch gut, dass man das auch berücksichtigt, weil darauf kann man Folgen ableiten. Was müssen wir zum Beispiel machen, bevor wir bohren? Was müssen wir vorher für Untersuchungen einleiten? Das alles steht in diesem Antrag drin. Also ich finde das eigentlich wirklich toll. Und ich finde, wenn schon das Parlament sich so weitgehend ist, inhaltlich einig ist an dieser Frage. Also bis auf die AfD. Ihr müsst einmal die Risiken bei den Atomkraftwerken anschauen, bevor ihr über Risiken von Geothermie redet. Dann kriegt ihr vielleicht. Aber das kriegt ihr natürlich nicht auf die Reihe. Aber das ist euer Problem. Aber ich würde einfach sagen, wenn das Parlament sich so einig ist, lasst uns das einfach angehen. Lasst uns sagen, ja toll, die Opposition, wir kriegen hin, dass wir die Atomie ausbauen. Das wäre doch einfach mal ein schöner Weg, den ihr begehen könntet, ohne permanent zu vermitteln, wir sind sozusagen die Besseren und die Anderen sind die Doofen. Das wäre eine gute Idee für die Zukunft angeht. Für die FDP-Fraktion hat nun Konrad Stockmeyer das Wort. Frau Präsidentin! Geehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren zu Hause! Also sagen Sie mal, Herr Ausschussvorsitzender Ernst, ich frage mich manchmal wirklich, in welchem Film sitzen Sie und in welchem Film sitze ich und wir anderen. Kollege Mehltretter und Kollege Hermann von den Grünen, wir haben doch eben gesagt, und ich schließe mich in diesen Reigen ein, dass im Antrag von CDU und CSU zur Geothermie, zu einem ganz wichtigen und zukunftsweisenden Thema, viele gute Punkte aufgeführt worden sind. Und auch ich schließe mich dem Dank an, dass Sie diesen Antrag hier ins Plenum einbringen. Also, dass Sie ungefähr die Hälfte Ihrer Redezeit... Nee, ich sollte hier Schluss machen und ich dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit widmen. Geothermie wird eine der ganz wichtigen Säulen sein, um bei der klimaneutralen Energieerzeugung auch das Wesentliche zu erreichen, was für uns Liberale im Mittelpunkt steht, nämlich frei und unabhängig zu werden von Energielieferanten, die diktatorische und autoritäre Regime betreiben und das freiheitliche Gesellschaftsmodell, das wir hier in Deutschland haben, bekämpfen. Ich habe ehrlich gesagt in Ihrer Rede noch darauf gewartet, ob das russische Gas auch noch vorkommt. Das haben Sie wahrscheinlich aus Versehen an dieser Stelle vergessen. Zweiter Punkt. Es musste natürlich so sein, dass Sie wieder mit dem Beispiel Staufen um die Ecke biegen. Und Sie lassen natürlich immer wieder weg, dass von dieser Art der Bohrung, die in Staufen schlecht durchgeführt worden ist, mit verheerenden Folgen, und das soll so nicht wieder passieren, dass von der Art dieser Bohrung in Deutschland Hunderte durchgeführt werden, von denen überhaupt kein Schaden ausgeht. Das heißt, Sie können wieder nur mit Ängsten arbeiten und stellen die Chancen dieser Technologie völlig unter den Tisch, weil Sie keine Ahnung davon haben wollen. Sie sind Angstmacher für Deutschland und sonst rein gar nichts. Außerdem hat es gerade in den letzten Jahren, es ist ja überhaupt keine neue Technologie, sondern sie wird kontinuierlich so weiterentwickelt, dass die Risiken dabei permanent reduziert werden. Und, meine Damen und Herren von der Union, ich finde es deswegen gut, dass Sie diesen Antrag hier einbringen, weil es der Bevölkerung, weil es, meine Damen und Herren, Ihnen zu Hause an den Bildschirmen auch zeigt, dass es eine breite Mehrheit in diesem Parlament gibt, über Regierung und Opposition hinweg, die bereit ist, diesen Weg in die klimaneutrale Energieversorgung mitzugehen. Und deswegen möchte Sie auch einladen, dass wir gemeinsam vor Ort Sorgen und Befürchtungen der Bevölkerung aufgreifen, zuhören und erklären. Ich kann nur sagen, zu Hause in meinem Wahlkreis Mannheim sind wir da auf einem guten Weg. Da wird Geothermie eine ganz wichtige Rolle spielen, um die Fernwärme zu dekarbonisieren. Wir hatten jetzt im Stadtgebiet in diesem Frühjahr diese sogenannten Rüttelfahrten. Ich war mal sehr gespannt, ob es in der Stadt zu einem Aufreger werden würde. Nein, das ist es nicht geworden, weil es von den Unternehmen vor Ort sauber angekündigt worden ist, weil es sauber angekündigt worden ist, weil die Leute Bescheid wussten und Frage stellen konnten. Und es ist gut gegangen und es wird auch weiter gut gehen. Meine Damen und Herren von der Union, einen kleinen Schlenker kann ich Ihnen nicht ersparen. Sie sind ja in Baden-Württemberg an der Landesregierung beteiligt. Und da kann ich nur sagen, dass es mein hochgeschätzter Kollege Daniel Kareis aus der liberalen Fraktion im Stuttgarter Landtag ist, der die dortige Landesregierung immer wieder zum Jagen tragen muss, um bei der Geothermie auch mal voranzukommen. Da will ich aus Ihrem Antrag aufgreifen, dass gewisse Kompetenzen, die die Bundesländer jetzt beispielsweise auch schon im Bergrecht haben und mit denen man Planungs- und Genehmigungsverfahren so gestalten kann, dass die Sache vorankommt, dass die Bundesländer herzlich eingeladen sind, diese Kompetenzen auch jetzt schon wahrzunehmen. Also rufen Sie da mal in den Staatskanzleien an, wo Sie an der Regierung beteiligt sind. Und da werden wir da gemeinsam auf einen guten Weg kommen, um in der Wärmeversorgung dieses Landes frei und unabhängig zu werden von den Lieferanten, die unsere Freiheit bekämpfen. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Andreas Lenz für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geothermie, Wärme aus der Erde, hat großes Potenzial und steht immer zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung. Und dieses Potenzial müssen wir stärker nutzen, um voranzukommen bei der Defossilisierung im Wärmebereich, meine Damen und Herren. Und übrigens auch bei der Diskussion zum Gag zum Heizungsgesetz wurde die Geothermie von Ihnen sträflich vernachlässigt. Wir brauchen für die Nutzung im nächsten Schritt natürlich auch mehr Nah- und mehr Fernwärmeleitungen. Deswegen müssen Sie die Potenziale der Geothermie bei der Frage der kommunalen Wärmeplanung entsprechend auch von Beginn an mitdenken. Dazu fordern wir Sie heute auch, meine Damen und Herren. Und die Potenziale sind groß. Allein 25 Prozent des Wärmebedarfs könnte deutschlandweit durch die tiefe Geothermie gedeckt werden, meine Damen und Herren. Dazu brauchen wir aber eine Offensive. Und Sie bieten ja nur homöopathische Mengen mit den 10 Terawattstunden bis 2030 bei einem Bedarf von 600 Terawattstunden im Wärmebereich entsprechend an. Das ist viel zu wenig. Die Bundesregierung, die Ampel, hätte hier die Chance, die Chance, die Weichen richtig zu stellen. Beginnen könnten Sie bei der Einstufung der Geothermie im überragenden öffentlichen Interesse, wie das bei der PV und auch bei Wind entsprechend schon der Fall ist. Ebenso ist es wichtig, dass die Fündigkeitsrisiken für die Kommunen abgesichert werden, dass Kommunen im Zweifel eben nicht auf Millionen sitzen bleiben. Nutzen Sie die Chance, liebe Vertreter der Ampel. 80 Prozent der gesamtdeutschen Leistung sind bei der Geothermie momentan übrigens in Bayern installiert. Von den tiefen Geothermieprojekten sind übrigens 57 Prozent in Bayern angesiedelt. Wir machen da Fortschritte, wo Sie noch zaudern von der Ampel. Bei uns gibt es eine Geothermieallianz Bayern. Meine Damen und Herren, Bayern geht auch hier entsprechend voran. Und wir wollen natürlich noch mehr Geothermie. Deshalb steht bei uns im Wahlprogramm für die kommenden Landtagswahlen, wir wollen in Bayern 25 Prozent der Wärme für den Gebäudesektor durch Geothermie decken. Dazu wollen wir in Bayern die Genehmigungs- und die Fachbehörden mit Personalstärken und ein Sonderprogramm für die Kommunen auflegen. Bayern leistet auch hier die Arbeit, die eigentlich die Ampelregierung zu leisten hätte, meine Damen und Herren. Übrigens, im Jahr 1983 wurde in meinem Wahlkreis in Erding nach Öl gebohrt. Und in 2.350 Metern Tiefe fand man 65 Grad heißes Wasser. Man gründete einen Geo-Wärme-Zweckverband und profitiert letzten Endes durch diese weitblickenden Maßnahmen noch heute davon. Übrigens auch mit der größten Therme der Welt. Lassen Sie uns die Bohrlöcher der Zukunft bohren, wie übrigens gerade auch in Vaterstetten, wo ein Geothermie-Projekt entwickelt wird, auch in meinem Wahlkreis. In dem Sinne herzliche Grüße und herzlichen Dank. Das Wort hat Sebastian Ullrich für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Ernst! Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich kann ja wirklich verstehen, dass Sie in der Fraktion mittlerweile ein größeres Harmoniebedürfnis haben. Aber den Redebeitrag haben Sie sich, glaube ich, ausgedacht, bevor hier geredet wurde. 80 Prozent Schnittmenge bis auf ganz rechts außen bei der Geothermie hier ist große Übereinstimmung. Also genießen Sie den Rest der Debatte. Ich werde die positiven Aspekte des Unionsantrags auch noch einmal besonders hervorheben, dass es auch wirklich überall ankommt. Und zwar beginne ich auch gleich. Und es steht hier mit großer Begeisterung darüber, dass die Union einen Antrag zum Thema Geothermie vorlegt, in der Zeit, in der das Bundeskabinett des Bürokratieentlastungsgesetzes die Eckpunkte dazu zur Kenntnis genommen hat. Und da vereinbart hat, dass oberflächennahe Geothermie, also bis 400 Meter, aus dem Bergrecht rausgenommen wird. Das passt ganz hervorragend. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir die Debatte führen können. Und selbstverständlich bin ich als Münchner Abgeordneter ganz begeistert, wenn Sie das Münchner Geothermiewerk, die größte Geothermieanlage der Stadtwerke, in meiner Region auch noch entsprechend hervorheben, als ganz wunderbares Paradebeispiel für eine gute Geothermienutzung. Und da, wie gesagt, geht mir fast das Herz auf, weil wir uns völlig einig sind, dass der potenzielle Beitrag der Geothermie zu einer dezentralen und sauberen Wärmeversorgung beachtlich ist. Und wir zu Rahmenbedingungen kommen müssen, die das schnell ausbauen. Geothermie ist gut für die Menschen in ihren Wohnungen, aber auch für die heimische Wirtschaft. Das ist lokale Wertschöpfung. Wir machen uns ein Stück weit unabhängiger von anfälligen Lieferketten, gerade auch bei energetischen Rohstoffen. Und langfristig kann es auch ein Beitrag sein, Wasserstoff einzusparen, weil wir dann entsprechend weniger Wasserstoff zur Strom- und Wärmegewinnung perspektivisch nutzen müssen. Dementsprechend, dass Wasserstoff dringend von der Industrie gebraucht wird, ist, glaube ich, nicht bestreitbar. Und wenn wir es dann noch schaffen, mithilfe der tiefen Geothermie weitere Rohstoffe zu fördern, wie zum Beispiel das Paradebeispiel Lithium im Rheingraben, umso besser, dann ist es eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. Ich freue mich, wenn Sie sich in die parlamentarischen Beratungen weiter konstruktiv einbringen. Da bietet Ihr Antrag mannigfaltige Möglichkeiten zu. Zwei Sachen sind mir noch nicht ganz klar, beziehungsweise gehören da nicht so richtig rein. Zum einen die Frage der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Ja, sind erforderlich. Aber Sie wissen natürlich auch, dass das Berlin nicht zentral steuert. Da könnten die unionsgeführten Länder mal mit einem Kraftakt sozusagen vorangehen und die Behördennehmigungsgehörden besser ausstatten. Zum Beispiel. Das macht nicht der Bund. Und Sie wissen auch, dass wir mit dem Geologiedatengesetz eine Basis für einen bundesweit einheitlichen Untergrunddatenbank haben. Ich sage immer so einen Rohstoffgoogle Maps verkürzt. Und da gibt es Möglichkeiten, das noch auszuweiten. Und da diskutieren wir aber auch gerne, wie wir in der Umsetzung noch besser werden. Abschließend noch einen Wunsch, beziehungsweise einen Widerspruch, der vielleicht noch aufgelöst werden kann. In der Einleitung führen Sie aus, dass Geothermie gegenüber der Luftwärmepunkte in Bestandsgebäuden deutliche Vorteile hat, fordern dann im Antrag aber wirksame Anreize, damit die im Bestand gegenüber Luftwärmepumpen bevorzugt eingesetzt werden. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert. Hat es jetzt merkliche Vorteile oder brauchen wir wirksame Anreize? Ich finde ein bisschen Widerspruch, den werden wir auflösen können. Vielleicht können Sie es mir auch erklären. Wenn es an mir liegt, freue ich mich, wenn Sie zu meiner Erhellung beitragen. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Antrag eingebracht haben. Ich freue mich über die Diskussion und bin mir sicher, dass Sie den Kurs der Bundesregierung und der Koalition kritisch begleiten. Ich freue mich auf die parlamentarische Debatte. Vielen Dank. Dr. Armin Grau hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Auch von meiner Seite vielen Dank für Ihren Antrag von der Union und den sachlichen Debattenbeitrag von Ihnen, Herr Dr. Gebrat, beim Informationsportal Tiefe Geothermie stellt man sich die Frage, warum Sie nicht bereits in den Jahren Ihrer Regierungsverantwortung hier vorangegangen sind. Und man stellt weiterhin fest, dass Ihr Antrag ja in den wesentlichen Punkten dem Eckpunktepapier des BMWK entspricht. Das freut uns. Wir arbeiten gerne mit Ihnen an einem Deutschlandpakt für Erdwärme zusammen. Wir haben nämlich als Grüne ambitionierte Ziele. Bis 2030 und als Ampelregierung wollen wir 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugen und mindestens 100 zusätzliche Projekte in der Mitteltiefen und Tiefengeothermie anstoßen. Das bedeutet eine Erzeugung des Zehnfachen der heutigen Produktionen. Dabei wird sowohl die oberflächennahe wie die tiefe Geothermie eine wichtige Rolle spielen. Die Planung für die Wärmenetze liegt in der Hand der Kommunen. In Schifferstadt, in meinem Landkreis, wurde unter einer Grünen Bürgermeisterin zuerst ein kaltes Nahwärmenetz aufgebaut. Und jetzt setzt man auch auf die tiefen Geothermie, vor allem für die Bestandsgebäude. Es ist uns wichtig, dass die oberflächennahe Geothermie einfach möglich ist, um eine Breitenwirkung zu entfalten. Hier soll es schnell vorangehen. Die hydrothermalen Anlagen in der tiefen Geothermie zur reinen Wärmeversorgung sind in vielen Fällen heute schon ohne Förderung wirtschaftlich. Das sehen wir im Alpenvorland, im Oberrheingraben und in der norddeutschen Tiefebene. Ich selbst wohne im Oberrheingraben. Und ja, dort hat man eben auch schlechte Erfahrungen gemacht. Sie haben es zitiert, Herr Dr. Gerbert, vor allem mit seismischen Ereignissen. Aber die Technik ist weiter. Und jetzt gibt es eine große neue Bereitschaft in der Region zu neuen tiefen Geothermieprojekten mit und ohne Förderung von Lithium bei uns. Aber es gibt auch Sorgen der Bevölkerung, und die nehmen wir ernst. Dann braucht es auch viel Information. Ein Punkt ist mir dabei wichtig. Schon vor rund 20 Jahren wurde in unserer Region nach Erdwärme gebohrt. Und leider hat man damals kein heißes Wasser gefunden, sondern Öl. Gerade andersrum als in Ihrem Beispiel hier aus Oberbayern. Und es folgen jetzt immer neue Probebohrungen nach Öl, das wirklich besser im Boden bleiben sollte. Wir brauchen dringend Regelungen für solche Zufallsbefunde. Geothermie ist klimapolitisch vernünftig. Die Ölförderung ist es nicht. Das erhebliche finanzielle Risiko einer Nichtfündigkeit wollen wir absichern. Gezielte Förderung, auch von Forschung und Entwicklung, digitalisierte Verfahren, schnellere Genehmigung. Da können wir gut zusammenarbeiten. Sie fordern Standardisierung im Naturschutzrecht. Ich muss sagen, es braucht immer die naturschutzfachliche Prüfung vor Ort. Es wird uns gelingen, genügend umweltverträgliche Erdwärmestätten zu erschließen und dabei Umwelt- und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Jüngst hat eine renommierte Studie gezeigt, dass sechs von neun planetaren Grenzen überschritten sind, zuvorderst bei der Artenvielfalt. Fazit. Wir werden Mutter Erdes warmen Kern umweltverträglich und zügig und mit Augenmaß für unsere Wärmeversorgung nutzen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Thomas Heilmann das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Herr Dr. Grau, lieber Herr Rohloff, erstmal vielen Dank für die sehr konstruktiven Beiträgen zu unserem Antrag. Es gibt ja nichts Gutes, außer man tut es. Deswegen würde ich das gerne versuchen, auch die Debatte zusammenzubinden. Erstens. Wie ist das eigentlich entstanden? Die alte Koalition hatte das Fraunhofer-Institut um eine Machbarkeitsstudie gebeten. Die kam dann so kurz vor dem Wahlkampf. Deswegen ist da auch nicht mehr passiert. Deren Ergebnisse ja in zwei Dingen bemerkenswert sind nämlich erstens, wie groß das Potenzial ist. Und zweitens, welches Kostensenkungspotenzial bei der Stehung jetzt möglich ist, sodass die Dinge auch im breiten Maßstab, Herr Dr. Grau, ich glaube, noch sind wir nicht überall wirtschaftlich werden können. Wir würden gerne mehr als 10 Terawattstunden machen. Und deswegen ist unser Vorschlag etwas weitergehend und auch auf der Basis dieser Debatte. Warum machen wir eigentlich nicht einen Mini-Deutschland-Pakt aus dieser Frage? Dafür brauchen wir nicht den Bundeskanzler und das Bundeskabinett und ehrlich gesagt auch nicht die Ministerpräsidenten in Person haben. Ich glaube, wir können mit unseren Fraktionen fraktionsübergreifend und dann eben auch mit den Fachleuten aus den Ländern sehr schnell konkrete Gesetzesänderungen formulieren. Und wir müssen auch nicht mit deutschem Perfektionismus jetzt jedes Gesetz angucken. Da gibt es ja nämlich, wenn man ehrlich ist, hier und da auch noch mal ein paar Problemfälle. Aber wir könnten einige Dinge regeln. Sie haben die 400-Meter-Grenze, die Sie im Bürokratieabbaugesetz schon vorhaben. Das unterstützen wir. Aber da geht es ja um oberflächennahe Geothermie. Wir haben uns jetzt mal auf die Tiefengeothermie beschäftigt. Und auch da braucht es gerade im Bergbaurecht Vereinfachung, also auch bundesrechtliche Fragen. Und wir könnten damit mit einem solchen Mini-Deutschland-Pakt auch die Länder ermutigen, da den bayerischen Vorbild darzustellen. Die Bayern haben eine Hochschulallianz, denn wir werden ja Fachkräfte brauchen. Das wäre gut, wenn das nicht alle Bundesländer machen, aber doch wenigstens einige Bundesländer nachmachen würden und wir mehr ausgebildete Personen haben. Deswegen gäbe es da eine Reihe von Dingen zu tun. Und wir vergessen jetzt mal die paar Spitzen, die es hier gegeben hat in den Redebeiträgen. Und wir als die in der Union des Vorantreibenden wollten die Einladung aussprechen, dass wir hier zur überparteilichen Arbeit bereit sind und das im Interesse der Sache sehr wichtig wäre. Ein wichtiger Beitrag, den wir aus meiner Sicht jetzt... Danke auch für den fraktionsübergreifenden Beifall. Eine wichtige Dinge wollte ich noch erwähnen. Wir könnten noch auch die Tiefengeothermie zum Überragenden erklären, dafür, dass das im überragenden öffentlichen Interesse ist. Das würde manche Abwägungen erleichtern. Das haben wir ja bei anderen erneuerbaren Energien auch einvernehmlich so gemacht. Und auch das könnte man alles aus meiner Sicht im ersten Paket an das Lärmeplanungsgesetz dranhängen. Das hat ja erkennbar auch einen Zusammenhang. Und wir sollten diese gesetzlichen Erleichterungen auch deswegen sehr schnell nach vorne stellen, weil die Frage der Fündigkeitsversicherung und der Förderung natürlich haushalterisch auch untersetzt werden muss. Und wir kennen den engen Bundeshaushalt in dieser Frage. Deswegen ist unsere erste Forderung jetzt nicht zu sagen, es wäre natürlich sehr sinnvoll, dass es dafür mehr Geld gäbe. Aber unsere erste Forderung ist jetzt nicht, nach Geld zu rufen, sondern nach den gesetzlichen Erleichterungen, weil die eben ohne Haushaltsmittel untersetzt werden können. Und an dem Nicken sehe ich, dass es da Bereitschaft gibt. Ich freue mich, wenn Sie dazu ein Berichterstattergespräch einberufen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Timo Schizanowski für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist richtig und wichtig, dass wir dem Thema Geothermie eine relevante Rolle für die Energiewende in Deutschland zukommen lassen. Dies hat auch sachlich gute Gründe. Sie ist regenerativ, beständig und steht uns rund um die Uhr zur Verfügung, und das das ganze Jahr über. In meinem nordrhein-westfälischen Wahlkreis bin ich auch bei unserem regionalen Energieversorger im Aufsichtsrat tätig. Und dort begegnen mir regelmäßig die kommunalen Herausforderungen in der Energie- und Wärmeversorgung. Und ich erlebe, auch in meiner Heimatstadt Denhagen treibt das Thema Geothermie die heimische Politik und Wirtschaft um, insbesondere für die industrielle Nutzung von Erdwärme, die es gilt, mit Nachdruck voranzutreiben, wissenschaftlich und ganz praktisch. Vor Ort wird so auch im ganzen Land ganz vielfältig eine wichtige Pionierarbeit zur Erschließung der tiefen Geothermie geleistet. Dafür Dankeschön! Mein Plädoyer im Grundsatz sollte die Geothermie überall dort eingesetzt werden, wo es die natürlichen Gegebenheiten hergeben, in einem geeigneten, verantwortungsbewussten Rahmen, versteht sich. Soweit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, sind wir uns bei Ihrem Eintrag, und das haben wir gerade schon vielfältig gehört, ja auch einig. Und es ist in diesem Zusammenhang auch gut zu wissen, dass unsere Bundesregierung das Potenzial der geothermetischen Energieerzeugung schon frühzeitig erkannt hat. Vor allem hat sie die Geothermie als wichtigen Baustein in der kommunalen Wärmeplanung fest verankert. Geothermie hat damit alle Chancen, in Zukunft eine zunehmend relevante Technologie im Bereich der Energiegewinnung zu werden. Übrigens, bereits im vergangenen Jahr hat ja die Bundesregierung im Rahmen ihrer Erdwärmekampagne eine Initiative mit zahlreichen Anreizen und Fördermöglichkeiten für die Geothermie bereits gestartet. Einige der Kernpunkte sind ja richtigerweise die systematische Aufbereitung der verfügbaren Untergrunddaten in einer umfangreichen bundesweit einheitlichen Datenbank, dann die breite Explorationskampagne für die mitteltiefe und tiefe Geothermie und des Weiteren auch die Einrichtung einer Steuerungsgruppe zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Und nicht zuletzt die Prüfung von Instrumenten eben zur Risikoabfederung bei der Nichtfündigkeit. Dies kommt uns allen auch sicherlich bekannt vor, weil auch gerade Sie wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, Sie haben das nun nur erneut zu Papier gebracht. Ihr Antrag ist deshalb auch zum Teil alter Wahlen in neuen Schläuchen, denn gleich ich zugebe, auch der kann ja schmecken. Deswegen will ich versöhnlich zum Abschluss sagen, lassen Sie uns diese Potenziale der Geothermieerschließung in Deutschland gemeinsam hier im Parlament konstruktiv begleiten und unterstützen. Hierzu lade ich ein. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19-82110 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, sei mir ein Hinweis gestattet. Wir haben gute Chancen, heute vor Mitternacht fertig zu werden. Sollten einzelne Abgeordnete, Fraktionen dazu noch einen weiteren Beitrag leisten wollen, Sie wissen, wie das geht. Die Schriftführerin neben mir ist gern bereit, entsprechende Meldungen entgegenzunehmen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt.